Dieses Wort habe ich gestern zum ersten Mal gehört und jetzt taucht es im Text für meine Hausarbeit auf. Serendipität, das habe ich gestern zum ersten Mal gehört. Serendipität bedeutet die Freude, die man fühlt, wenn man etwas entdeckt, ohne danach aktiv gesucht zu haben. Warte mal! Das Wort Serendipität ist ja auch im Spruch des Tages heute. Das ist wirklich merkwürdig. Die Serendipität in der medizinischen Forschung führte zur Entdeckung eines vielversprechenden Krebstherapeutikum. Und jetzt auch noch im Radio? Das kann doch kein Zufall sein. Überall, wo ich hinschaue, taucht dieses Wort auf. Das ist auch kein Zufall und ist ein heutiger Psychologie-Snack. Das ist das Bader-Meinhof-Phänomen.